ich habe mir das gefühl dass irgendwas bei mir im hintergrund läuft der kalife ist ja mein ganz linker der kalife ist auf der linken seite hier muss man echt aufpassen eine nachricht vom sklavenkönig ich füge mich meinem schicksal die truppen des kalifen greifen an unsere sehnen sind gewachsen eine nachricht vom sklavenkönig ich fahle euch nicht lebendig in die hände wir sind eure leute unsere werkzeug ihr macht mich zornig das ist nicht gut für euch ziehen jetzt los geht das jetzt ja es funktioniert perfekt wird da ein bisschen zu viele bogenschützen stehen warum macht ihr eigentlich nichts dagegen ich muss die da oben drauf stehen es bleibt mir nichts anderes übrig wir sind einsatzbereit wie lautet der plan eine nachricht der hatte bald werde ich das kommando über eine andere schweck ein gold oder was also es hapert hier an alles ihr habt nicht nur die gold um diese einheit auszubieten ich werde jetzt die aufnahme ganz kurz beenden weil das ist das ist der grauen da wir mit 19 so auf sind immer so wir sehen uns dann jetzt mal gleich so da bin ich auch schon wieder und es ja es läuft wieder sehr sehr schön flüssig so kann so kann man wieder zocken so ja so ist es auch viel viel angenehmer für euch zum zuschauen also ich weiß nicht was da im hintergrund lief irgendwas im hintergrund aber da lief gar nichts also es war ganz komisch aus irgendeinem grund wollte er auch nicht mit der fp aber die schießen deshalb auch ich bin ich bin ich bin da so ein bisschen ratlos wie man hört aber jetzt läuft es wieder besser das heißt jetzt können wir weiterhin hier mal angreifen wir werden heute nicht angreifen ich habe andere pläne stehen zur verfügung kalkulieren ja wir werden angreifen ich werde euch anführen euer zeiten seier so alles erledigen was geht wenn das wieder unten angegriffen werden sehe ich doch selber so was geht denn der da dann schreibt man sich das ganze aufzuteilen nein der eine macht da der andere macht da wo auf jeden fall wieder bogenschützen wir gewinnen diesen krieg dank mir natürlich eure treuen bogenschützen schau bauer bald werde ich das kommando über eine andere Burg haben ja die kommen jetzt und dann braucht ihr etwas nein ihr könnt euch einpacken ihr könnt euch einpacken ihr könnt euch einpacken boah der Weg wird frei gemacht euer zeiten seier für die Parler ihr habt nicht genügend gold um diese einheit auszubilden unsere getreide vorräte wachsen an seier ja gott sei dank aber wie ich die bis die da unten an mehlsekten lagern hier ja guck doch mal hey das ist brutal und was ich auch an skeine schon wieder haben ist auch brutal ja und da sieht man einfach der guckt nicht dass man wie viel Geld man damit schöpfen kann nicht genügend waren eine Nachricht vom Sklavenkönig ich fall euch nicht lebendig in die Hände doch das wird er uns aber das wird er uns aber bis der weiß das heißt wir können die ganzen truppen hier unten nicht unsere töten werden singen oder auch nicht eine Nachricht der hatte bald werde ich das kommando über eine andere oder auch nicht da ja du hast es die ist du hast da du hast aber können wir schon mal sagen hier ach quatsch dem tod macht ihm keine angst es geht was der galet von mir will hier drüben die marschieren da wirklich rein in bewegung ich würde sagen die bombardieren wir jetzt auch mit angriffen zu die männer sind guter dinge treuen boden schützen alles bereit für den ultimativen angriff die menschen lieben waren gefühle für euch mein wundert mich nicht aber ich die ganze wie ich die meserke da sehe da wird mir echt schlecht bei guckt euch das mal wir werden angegriffen rekruten werden benötigt unsere lebenswerte vorräte gehen zur neige mein herr dann wundert man sich immer ja nicht so bauern werden benötigt sire bogenschützen bereit machen unsere bürgen werden singen eine nachricht von kaliften beim nächsten mal reiß ich euch das herz heraus euer zeichen sire der da oben der turm ja der muss weg das ist aufgabe der trieböcke so wie siehst du denn eigentlich mit nein wie sieht mit den anderen beiden aus 49 hast du nur noch da ok sieht aber noch mehr aus ja wir machen das wieder mit system ok wir greifen mit system nur an gold und diese einheit auszubilden steig und wie die andere so wir sind eure leute guck mal ob das funktioniert das funktioniert dann sag ich nur gleich mal feuer frei ok so ich sag jetzt dass sie noch nicht angreifen sollen so erstmal dass das kleine hundefutter da erledigt verschwindet verschwindet aus meiner wendling ihr seid ihr eine nachdrückende hauptbekannt kann mich denn niemand dieses verfluchten eindringlings entledigen so jetzt kann ich sagen angreifen bald werde ich das kommando über eine andere burg haben nah und zu ja wir werden angreifen ich werde euch einführen und dann ist noch der turm da hinten wichtig dann war ja das war es dann eigentlich die den interessieren wir nicht so sehr perfekt unsere bögen werden singen kalkulieren dann werden wir gleich mit unseren ganzen bogenschützen da rein bisschen ungefähr hinlaufen und dann geht's ab da drin oh mein gott ey Augen auf Männer die Männer sind guter Dinge ja der hat meine Trieböcke erkannt Drehbock bereit seuer kalkulieren kalkulieren ja da kann ich hier hin baumeister zu dienst kalkulieren ja 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 die haben wir erledigt und ab und rein ach der ist ja der fällt jetzt auch gleich und dann war es das auch schon wieder da laufen die anderen da kommt die kommen nach das ist der kalif da kannst du dich einfach nicht mehr von retten ja da ist dann vorbei das ist dann einfach so wir wollen was für die statistik tun hier und dann wir wollen was für die statistik tun hier und dann das das haben wir gewonnen und ähm beim nächsten mal geht's also direkt weiter ich hoffe diesmal dann wirklich kommt der ohne leckere Einbrüche das hat mich jetzt genervt aber jetzt kommt lass den kalifen fallen relativ schnell eigentlich für drei gegner jetzt laufen sie alle nach oben guck mal yeah alle nach oben wuuu beeindruckt ja das seid ihr wir sind werte Musik denn du oder ich weil das 2 Sterne hatte kriegt einen für was im des Tigers gegenüber er roch vor allem nach Fisch okay er roch vor allem nach Fisch okay passt also das war die Mission war nicht schwierig die war nur ein bisschen nervig da der Kalifer am Anfang und äh Sklaventreiber auch Sotanina haben wir gar nicht gespürt die das ist dann die das Inselparadies und das Paradies sieht genau so aus dass wir alleine gegen 5 ertreten dürfen mit aber dem riesen Vorteil dass wir sau viel Gold haben ne mit 4000 äh und eigentlich gegen gegen 5 die eigentlich so ganz schnell zu erledigen scheint die Ratte da oben sich sofort nerven sofort aber mit 4000 können wir sofort unsere Wirtschaft aufbauen das äh sollte eigentlich auch wenn wir gegen 5 kämpfen aber die sind nicht relativ stark sollte eigentlich kein Problem sein und deswegen verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal wenn es wieder ist let's play Stronghold Crusader 2